Franziska Schreiner aus einer der bekanntesten Züchtlingsfamilien Deutschlands überhaupt. Ralf Schreiner, ehemals Bundesliga. Dem gehört wohl auch diese Züchtlingsfirma Ralf Schreiner-Tonik. Ralf Schreiner mit der ehemaligen Weltklasse-Spielerin Jürgen Schreiner, das ist die gemeinsame Tochter. Und einen Sohn gibt es da auch noch, Florian Schreiner, der war auch schon deutscher Jugendmeister, sie im Jugendnational-Tonik. Und gegenüber Linda Zauber. Florian Schreiner übrigens schon bei einem Bundesligaspiel am Tisch gewesen, da war er noch gar nicht auf die Welt gekommen. Diese kleine Geschichte, dass seine Mama hochschwanger mit Florian Schreiner bei einem Bundesligaspieler den obligatorischen einen Ball gespielt hat, den man spielen muss. Um dann das Spiel herzuschenken, praktische Variante, damit die anderen nicht aufblicken müssen. Und man hinten gut punkten kann. Das ist ein hoher Ballgolf bei der Franziska. Alla Cilla Latorfi. Die Ungerin, die ja mittlerweile auch Trainerarbeit, Nachwuchsarbeit im Münchner Raum leistet. Barberi dafür, einige andere natürlich auch. 7-10. Und die Franzi führt 2-0. Der Papa wird zufrieden sein. Untertitelung des ZDF, 2020 ...